Der dritte Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23 steht bevor und das heißt, es wird natürlich wieder Zeit für eine kleine Prognose. Denkt wie immer daran, hier handelt es sich nur um meine persönliche Einschätzung. Wenn ihr anderer Meinung oder sogar gleicher Meinung seid wie ich, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. In dem Sinne, lange Rede gar kein Sinn, legen wir los. Den Auftakt geben Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Die Gladbacher sind meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg. Auf Schalke musste man sich jedoch in letzter Sekunde doch noch mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Aber man spürt, dass diese Mannschaft wieder richtig Bock hat. Die Hertha auf der anderen Seite hat sich am vergangenen Spieltag ein recht attraktives Spiel mit Frankfurt geliefert und machte zumindest in dieser Partie einen überraschend guten Eindruck. Funfact am Rande, Sandro Schwarz hat noch nie gegen Gladbach gewonnen und ich denke, dass es auch diesmal nichts wird. Deswegen tippe ich auf ein 3 zu 1 für die Borussia. Dortmund gegen Bremen. Hier ist die Rollenverteilung klar. Der BVB ist der absolute Favorit und muss zu Hause den nächsten Dreier einfahren. Aber Vorsicht ist dennoch geboten. Bremen braucht aktuell nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Aus gerade einmal sechs Schüssen aufs Tor machte man vier Treffer. Ich glaube aber, dass es für Werder in Dortmund sehr schwer werden wird. Die Dortmunder zeigen eine stark verbesserte Mentalität und ich kann mir kaum vorstellen, dass man hier etwas anbrennen lässt. Mein Tipp daher 3 zu 0 für den BVB. Leverkusen gegen Hoffenheim. Die Werkself legt einen absoluten Horrorstart in die Saison hin. Erst das peinliche Aus im DFB-Pokal und dann auch noch zwei Niederlagen zum Auftakt der Bundesliga. Das 1 zu 2 gegen den FC Augsburg war übrigens die erste Niederlage gegen den FCA für die Leverkusener überhaupt. Jetzt gilt es gegen Hoffenheim eine Trendwende hinzulegen, aber die TSG ist kein leichter Gegner. Am vergangenen Spieltag hat Hoffenheim aus einem 0 zu 2 Rückstand noch ein 3 zu 2 gemacht und dabei eine wirklich sehr gute Moral gezeigt. Ich tippe hier auf ein spannendes Spiel, in dem es keinen Sieger geben wird. 2 zu 2. Der VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04. Die Wölfe haben gegen die Bayern ein solides Spiel abgeliefert und gezeigt, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, besser als in der abgelaufenen Spielzeit zu performen. Aber auch Schalke hat sich nicht schlecht präsentiert. Nach der Niederlage in Köln folgte ein guter Auftritt zu Hause gegen Gladbach. Ob das jetzt reicht, um in Wolfsburg zu bestehen? Ich glaube, Schalke wird ganz gut dagegen halten können, aber dennoch gehe ich auf ein 2 zu 1 für die Wölfe. Augsburg gegen Mainz. Die Augsburger haben es gegen alle Erwartungen tatsächlich geschafft, 3 Punkte aus Leverkusen zu entführen. Nach der 0 zu 4 Niederlage zu Hause gegen Freiburg hätte damit wohl niemand gerechnet. Dennoch muss man sagen, dass da natürlich neben einer sehr guten Abwehrleistung auch Glück im Spiel war. Mainz auf der anderen Seite spielte 0 zu 0 bei Union Berlin. Und ganz ehrlich, ich kann die Stärke von Mainz aktuell nur sehr schwer einschätzen. Was wir aber wissen ist, dass die 05er die letzten 6 Pflichtspiele in Augsburg verloren haben und quasi der Lieblingsgegner des FCA sind. Vielleicht legen die Augsburger ja einen richtigen Topstart in der Liga hin. Ich würde die Euphorie aber Stand jetzt nicht überbewerten und tippe deswegen auf ein 1 zu 1. Stuttgart gegen Freiburg. Das Schwabenderby. Während Stuttgart vorhat eine bessere Saison als die vorherige abzuliefern, knüpft der SC spielerisch an die sehr gute letzte Spielzeit an. Das Spiel gegen Dortmund ging zwar unglücklich verloren, aber dennoch hat man gesehen, dass Freiburg mit dem BVB mithalten konnte. Der VfB hingegen startet mit 2 Unentschieden und möchte jetzt natürlich den ersten Dreier einfahren. Allerdings wird das gegen Freiburg nicht leicht werden, denn immerhin sind die Breisgauer seit 6 Bundesligaspielen gegen Stuttgart ungeschlagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Serie fortsetzt. Deswegen mein Tipp 1 zu 2 für den SC Freiburg. Das Samstagabend-Topspiel Union Berlin gegen RB Leipzig wird es in sich haben. Denn die Eisernen haben die letzten 3 Duelle in der Liga für sich entscheiden können. Gerade zu Hause sind die Unioner eine Macht. In Leipzig steht man bereits am dritten Spieltag gehörig unter Zugzwang. 2 Punkte aus den ersten beiden Spielen genügen nicht den Ansprüchen der Leipziger. Spannend wird es sein zu sehen, was passiert, wenn Leipzig auch im dritten Spiel in Folge keinen Dreier holt. Von der Qualität des Kaders muss RB natürlich langsam liefern. In Berlin wird es aber wieder richtig schwer. Und es würde mich nicht wundern, wenn Leipzig wieder Punkte liegen lässt. Mein Gefühl sagt mir, dass Leipzig einen ernüchternden Start in die Bundesliga hinlegt. Und deswegen sage ich, das Topspiel endet mit einem unentschieden 2 zu 2. Frankfurt gegen Köln. Das nächste extrem spannende Spiel meiner Meinung nach. Die Eintracht musste bis hierhin bereits einige Male schlucken. Angefangen mit dem 1 zu 6 zu Hause gegen Bayern München. Der Abgang von Kostic, das 0 zu 2 gegen Real Madrid, wobei das eigentlich ein ganz gutes Spiel war. Und jetzt natürlich auch noch teilweise die ungewissen Zukunft einiger Stars im Kader. Da könnte unter Umständen noch einiges auf die SGE zukommen. Am letzten Spieltag holte man gegen die Hertha aber zumindest den ersten Punkt. Jetzt gilt es gegen Köln den ersten Sieg einzufahren. Aber der FC hat sowohl gegen Schalke als auch gegen RB gezeigt, dass mit den Domstädtern weiterhin zu rechnen ist. Ich würde Stand jetzt nicht sagen, dass Frankfurt hier der klare Favorit ist. Die Bilanz zwischen den beiden Teams ist relativ ausgeglichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Eintracht jetzt nach und nach in die Saison kommt. Und tippe auf ein knappes 2 zu 1 für die SGE. Zu guter Letzt, Bochum gegen die Bayern. Wer erinnert sich noch daran, als Bochum letzte Saison die Bayern überraschend mit einem 4 zu 2 nach Hause geschickt hat? Damals lief wirklich alles perfekt für den VfL. Und wie krass wäre das, wenn der erste Dreier diese Saison ausgerechnet gegen die Bayern geholt wird? Sehr krass natürlich. Aber wenn man sich reinzieht, wie der FC Bayern in die Saison gestartet ist, dann kann man sich kaum vorstellen, dass der VfL die Punkte zu Hause behält. Und ohne jetzt lange drum herum zu reden, tippe ich auf ein 0 zu 3 für die Bayern. Ich denke, diesmal stehen die Chancen für Bochum nicht allzu gut. Aber das hat man auch schon beim letzten Mal gesagt. Vielleicht irre ich mich ja. Passieren kann immer alles. An der Stelle seid jetzt wie immer ihr gefragt. Was denkt ihr? Wie gehen die Partien des dritten Spieltags aus? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.